Im heutigen Video muss ich die höchsten Brawler von Zuschauern pushen. Dabei haben wir auch Rang 30er oder 35er dabei. Und dabei muss ich öfters gewinnen als verlieren. Ansonsten haben wir diese neuen kranken Angebote. Ihr seht, zum Neujahr haben wir einen Skin plus einen Brawler. Wir werden alle kaufen, alle Angebote im Shop, falls wir es nicht schaffen, öfters zu gewinnen. Was? Wieso ist der 35? Er kann ausführen zwischen Surge, Spike, Squeak, Bonnie, Baby. Er hat alle auf 1000 geblieben, letzte Season. 63.000! Okay, wir haben unseren ersten Teilnehmer. Ich bin super gespannt. Profil, wir haben 21.000 Trophäen. Der höchste Brawler ist 704 Edgar. Okay, über 700 schon mal. Das ist natürlich jetzt sehr, 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 sehr. Los geht's. Also, wer es nicht wusste, Edgar gilt aktuell als der schlechteste Brawler im Spiel, laut Pros. Das wäre natürlich jetzt sehr interessant. Ich dachte, Knockout wird noch am besten gehen. Also, Duoschallon heute auf der Map geht nicht. Das ist nämlich nur Distanz Brawler. Die haben halt komplett Distanz Brawler. Ja, den haben wir fast. Oh, let's go. Wichtig. Sehr gut. Die Ultien so aufheben wird es auf jeden Fall. Super, weil ich jetzt bin überzahlt. Das kann man eigentlich so gut wie geschafft. Oh, das ist so stark aktuell. Oh, nein. Oh, Gott. Gut. Gerettet. Ich dachte schon. Digga, nein. Lauf dich noch rein. Ja. Ja. Ja, Maxinho. Stark, Junge. Stark. Schöne Runde. Ja, haben wir, haben wir. 1-0 in Best of 3. Ey, ich bin super. Ich will Leute auf gar keinen Fall für euch verkacken. Also, ihr seht, ich schwitze hier schon hart rein. So, jetzt hier. Schöne Fähigkeit. Let's go. Ich bin leider geslout. Aufpassen. Ich bin dieses Gear noch aktiviert oder so. Oh, Hilfe. Nein. Ich bin gestorben. Was passiert oben? Es, ja, okay. Es steht 1-1. Okay, wir müssen jetzt die letzte Runde entscheidend gewinnen. Ansonsten haben wir direkt die erste Runde verkackt. Ich will auf gar keinen Fall mit 0-1 reingehen. Oh, Maxinho. Geht es hier rein? Ob das smart ist, weiß ich nicht. Egal, ich bin da raus. War nicht so smart. Oh, der Kroat ist old. Das ist gar nicht. Oh, mein Gott. Komm. Nee, wird einen Pass bekommen. Kroat einfach fett old jetzt halt. Ich muss mit Bayern bleiben am besten. Ich nehme den Teleport einfach, um rauszugehen. Hier, der Smart. Stimmt. Okay, die beiden sind jetzt halt hier unten ein bisschen eingekesselt. Ich kann jetzt aber von oben kommen. Von der anderen Seite. Eine Schwende rein. Danke. Nein. Ich bin wieder tot. Nein. Mein Fehler. Oh, Mann. 0-1. Profil Nummer 2. 40.000 Trophäen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Komm, bitte. 874 der Höchste wirklich. Okay, Jeanette. Da können wir gut Duo gehen. Ich gehe einfach bi-klassig. Okay, über 800 Trophäen wird natürlich jetzt heftig werden. Vom Matchmaking ist es eigentlich ähnlich zu einem Rang 35er. Oder zumindest ein 1.000 Trophäen-Brawler auf jeden Fall. Slow. Da muss es da drin sein. Ja, äh, 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 ja. Sehr, sehr nice. Direkt fett abgestaubt. Wir haben direkt vier Cubes. So, ich habe jetzt Big Hit. Jetzt kann ich die so ein bisschen hier wegdrecken. Die haben mich jetzt richtig Schiss von mir. Ich würde mir den jetzt allerdings noch aufheben. Der muss ja noch irgendwo auch einen Mate in den Busch oder so haben. Na, deswegen. Okay, wir haben sechs Cubes. Die Runde läuft absolut geil. Wir teamen nicht mehr. Weil die meisten teamen hier auf der Höhe. Auch in Duo-Showdown. Also, so, den können wir jetzt hier schön slowen. Und... Ah, da ist noch ein Leon rausgekommen. Ich hatte ihn fast gefinished direkt. Ich würde gerade sagen, eigentlich können wir den ziemlich easy von hier aus unter Druck setzen. Jawohl. Schöne Leistung. So, jetzt kann ich mir den Big Hit aufheben. Let's go da oben. Das sieht gut aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Den können wir jetzt hier easy finishen. Wir sind in Showdown tatsächlich, Leute. Ich fasse es nicht. Und wir gewinnen auf 874 Trophäen dafür. Das ist dafür umso geiler. Eins zu eins damit. Okay. 11.600 tatsächlich. Was? Was? Was hast du denn... Ist das dein Zweiter? Will ich jetzt wissen. Wieso hat er so viele Brawler so unfassbar hoch? Dein Box ist auf fast 1.000. Wir müssen auf jeden Fall irgendeinen anderen Modus gehen. Er spielt Solo-Showdown. Oh, lol. Hä? Oh, was? Und das ist dein Main? Er kann mir noch nicht erzählen. Er kann mir noch nicht erzählen, dass er die Hälfte... Hä? Digga, du bist Solo-Spieler und hast die Hälfte deiner Brawler auf 0 Trophäen. Was bist du denn? Es ist ja mega random. Was? Habe ich da noch nie gesehen, so ein Profil. Was? Okay, ich habe so einen Account noch nie gesehen. Ich bin sehr verwirrt. Geh rechts, geh rechts. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, ich bin komplett verwirrt. Fast 1.000 Trophäen jetzt direkt in der dritten Runde. Also, was ihr für Accounts hier ranholt, ist krass. Ich hoffe, wir kriegen ja noch einen 1.000er oder einen 35er auch heute. Und wir haben so einen guten Spawn, habe ich. Wir haben direkt 5 Hubes, so wie es aussieht. Wobei er hat es natürlich gepolt... Oh, das ist nicht gut. Das ist Anlag. Ich hätte lieber zum Hingehen sollen. Das Problem ist, sie werden so hart gefokust, weil er halt einfach ein Boxer ist. Das ist halt mega, mega random. Nice. Nice. Ey! Was ist das denn? Was? Wieso greift er mich... Och, Mann. Ich habe nicht mehr aufgepasst, Junge. Oh, mein Gott. Marak. Er ist Champion Powerleager. Oh, Tara Rang 35. Schon mal 940 Trophäen. Okay, der erste 35er. Er ist nicht auf 1.250, aber es ist schon mal ein Rang 35 Brawler, was ziemlich nice ist. Und er ist ein super krasser Spieler. Also, der muss Solo Powerleager. Der muss komplett insane gewesen sein. Irgendwie... Oh, ich muss aufpassen. Sehr schön, Marak. Sehr schön. Der muss Solo Powerleager... Sehr schön. Ich habe gefinished mit meinem Gadget. Der muss Solo Powerleager Top 10 Deutschland oder so gewesen sein. Was soll der denn jetzt schon wieder? Digga! Marak, hau ab! Nein! Tara ist halt auch nicht der krasseste Brawler natürlich jetzt für Duo, ne? Oh, sehr schön. Ah, dann ist auch ein Head kassiert. Ich bin dann jetzt gleich back. Nein, der wird getroffen. Wie an Lucky. Das kann ich eigentlich wenig machen hier. Ich perre noch drauf. Nice! Ich glaube, ich schaffe das. Hoffentlich. Shit, wir sind 1-2-3. Toxic, Sean. Sein Höchster ist 528. Okay, das schaffe ich normalerweise. Da können wir auch diese Duo gehen. Ich bin mit dem Brawler, der auch nicht so hoch ist. Lass mich kurz mal schauen, was ich habe. 528-Jahre-Chillik. Dann gehe ich... Vielleicht sogar ein Werfer bei Duo, oder? Ja, das schaffe ich. Ich mache mal ein Cube. Wichtig. Oh, Lord, das wäre er jetzt. Nice. Ja, wir haben leider nur ein Cube. Den würde ich halt auch noch gerne kriegen, eigentlich. Aber er hilft mir gerade irgendwie nicht. Ja, sehr schön. Richtiges Ding. Schön! Und die haben auch richtig reingefailt hier nochmal. Sehr schön. So. Und jetzt können wir auch ein bisschen gegenpushen vielleicht mal. Yes! Die sind lost nämlich. Ich wollte mich gerade sagen. Die sind die ganze Zeit schon so komisch unterwegs. Nein. Nice. Nee, oder? Ich kriege so Aggressionen, wenn ich mal sehe, wie die abhauen. Egal, alles gut. Nice! Wichtig. Oh, nein. Sie haben ihn gepullt, leider. Das ist doch noch so eine dumme Ems, ne? Ich weiß es nicht. No lost! Let's go! Chill mal lieber ein bisschen. Ja, okay, der geht rein. Nein! Als ob die mich fokussen. Kacke! Egal, ich würde sagen, 1 zu 3 zählen wir jetzt mal als unentschieden. Dann auch einfach, wenn wir auch keinen Minus gemacht haben. Oh lol, schien ich immer einen Mod mit 34.000? Hast du als höchsten Brawler? Okay. Ja, easy. Yo! Okay, du kannst uns sehr gut helfen. Elite-Profi-King. Was ist denn bei deinem Profil passiert? Alter Schwede. Not bad, not bad. Okay, easy. Die können wir es bestimmt schaffen. Ich gehe Grom, okay? Ich habe ihn eh nicht so hoch. Let's go. Okay. Das sollten wir doch eigentlich schaffen können, oder? Ich meine, komm. Das ist... Ja, let's go. Wir haben uns eh eine gute Comp, auch mit Grom und so. Aber wir haben auch einen guten Mate jetzt hier drin nochmal. Also eigentlich... Yo, ich glaube... Ah, einen Tick in den Kopf nochmal. Er hat einen Versuch, vorbeizupassen. Ah, schade. Ich mache fette Ult drauf. Ich habe ihn erwischt. Ich habe den Grom erwischt. Sehr geil. Nice. Schöne Hits wieder. Schöne Hits. Ult von Shelly wird eigentlich normalerweise kein Problem sein. Nee, leider. Ich habe sie. Ich habe sie doch gekillt. Also eigentlich haben wir die voll im Griff. Wir kriegen halt irgendwie gerade das Tor nicht hin. Das trifft halt auch nicht. Nein, er ist gestorben. Okay, das hätte sich nicht passieren dürfen. Nee, oder? Oh, ich dachte schon kurz. Ey, wenn wir das Game verlieren, wir haben das komplette Game dominiert. Eigentlich. Nee, das ist lost. Das ist lost. Nice. Jetzt ist alles offen. Okay. Oh Gott. Nice. Okay, wir müssen das jetzt gewinnen. Das ist over time. Wir haben das komplette Match eigentlich dominiert. Du musst mir den Kopf abwehren. Ich kriege das nicht... Ah, okay. Komm. Ja. Tick ist raus. Wichtig. So. Das kann jetzt kein Unentschieden werden. Das darf nicht passieren. Der muss rein. Ja. Gepusht mit Genishi. Sehr gut. Wie hoch waren wir? 800. Löwe. Der, der im Minigames-Tornier gecheatet hat. Sorry. Du hast raus. 47k. Respekt. Alter. Und 900 laiv. Okay. Okay. 900 Trophäen mit Löwe. Und wir haben einen guten Start. Mal schauen. Okay, das wird wichtig jetzt. Das wäre super wichtig. Wenn wir jetzt gewinnen, stehen wir schon mal 3 zu 3. Jo, drei Cubes schon mal. Das ist gut. Okay, wo ist jetzt mein Mate? Was macht er denn? Oh, er macht einen Kill. Oha. Nice. Oh, aber wir kriegen den Cube tatsächlich. Sollen wir Team oder haben wir nicht? Also, wir wollen Team. Wollen Team. Sorry. Da ist keiner drin. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben eigentlich nichts gemacht. Groß die Runde. Aber er hat vor allem ein Team rausgenommen. Und das war strong. Oh, das war schlecht. Junge Löwe. Let's go. Starkes Spielt vor allem von dir. 3 zu 3 und auf 900 Trophäen zu gewinnen ist eine nice Sache. Nutella. Was? Der höchste ist für Bruller. Skar auf 140. Gut, warum nicht? Ich habe gerade erst angefangen. Ich weiß es nicht. Ich gehe in Lower and Bruller dann. Ich gehe in Rome einfach. Wenn wir das nicht gewinnen, dann... Keine Ahnung. Also, dann weiß ich echt nicht. Dann weiß ich auch nicht weiter, wenn wir das nicht gewinnen. Oh, das Geile ist aber eh eigentlich... Guck mal hier. Jetzt beim Busch... Muss ich jetzt eigentlich entspannt reinschauen. Muss ich noch treffen auch. Yes. Sehr gut. Ja, das Problem ist halt nur... Ja, die stauben alles ab. Kacke. Ist wieder typisch, ne? So, jetzt hier. Die wird safe nicht ausbrechen können. Let's go. So, am besten will ich noch ein bisschen mehr zusammenbleiben. Wobei eigentlich auch ein Kill... Oh, tschau. Ne, die Runde mal sehen wir. Ja, Kick. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Er kann die Runde setzen. Was kann ich jetzt machen? Nutella, hau ab, hau ab. Schlecht, wenn ich doch... Wenn ich jetzt auf 300 Trophäen verliere, dann... Was komplett. Ja, doch schön mithelfen. So. Jetzt hier schön reinstehen. Oh, er wäre fast da umgegangen. Fast. Wir sind Showdown. Let's go. So war einer Sieg. Ja, und die Mandy hat, glaube ich, direkt mit der Ultien aus dem Leben genommen. Ja, gut. Da kann ich jetzt, glaube ich, nichts machen. Super knapp. Fast noch den letzten Schuss getroffen. Egal. 4 zu 3 damit. Wichtig. Oha. 1000 Trophäen Max. Lol. 20.000. Mythisch 1. Das ist krass. Er hat nicht so viele Brawler hoch, aber er ist krass. Okay, was ist er denn für einer? Oh mein Gott. Er ist auf... Das ist ein Zweit-Account einfach. Otis ist eigentlich eh immer stark, oder? Ich gehe mal Otis. Okay. 1000 Trophäen Max. Das ist anspruchsvoll. Oh, wir haben, glaube ich, einen guten Spawn, habe ich tatsächlich. Ich kann das direkt hier. Nee, er kann direkt auf die Kisten gehen. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Also, wenn wir es schaffen sollten, vier Cubes zu kriegen, wäre das richtig gut. Und ich glaube, wir kriegen es. Oh, das ist sehr, sehr, sehr gut. Da geht einiges in der Mitte auch ab. Da haben deine Mike in der Mitte. Was ist da denn passiert? Nice. Ich habe ihn gekillt, aber... Nein. Ach, er ist gerade im Fighter hinten. Ich habe es gerade... Oh mein Gott, ich bin so lost. Mann, ich habe so einen schönen Kill gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, es wird schwierig werden, bestimmt. Die greifen uns bestimmt mies an, ne? Jetzt stelle ich mir raus. Jetzt werde ich nicht sterben. Ja, jetzt wofür ist uns alles. Schade. Platz vier. Aber wir haben es gegeben. Es war halt krass, dass er halt nicht teamen wollte, ne? Sarah Mudge. Deine Mike? Er will Hotzone gehen. Er sagt es sogar direkt. Ach, Timo, sorry. Ich habe dich vorhin rausgekickt, du hättest da eh helfen können. Du hättest, glaube ich, deinen Lowestern vorhin ausgewählt, ne? Ich habe ja noch bei Timo gedacht, hä? Schalte dich mal vor, da war jetzt ein guter Mate, den ich rausgekickt habe, als ich einen mit 365 rausgekickt habe. Er hat... Es war echt sein Lowestern. Oh mein Gott, er hat auf jeden Fall Auswahl bei seinen Höchsten. Er kann ausführen zwischen Surge, Spike, Squeak, Bonnie, Bibi. Er hat alle auf tausend gehabt letzte Season. Dann lass mich aber slow gehen, oder? Okay, tausend Trophäen jetzt hier. Mit Jesse. Und treffen direkt. Schon mal chillig. Treffe nochmal. Jetzt kann ich den Sloan. Oh, den habe ich ziemlich gut rausgenommen. Den habe ich ziemlich gut rausgenommen. Oh mein Gott, alter Schwede, ey. Das ist gut. Jetzt kann ich direkt auf die Beat draufjumpen. Ich weiß nicht, ob das wert war. Ich meine, dafür hat das... Okay. Ich meine, ich habe die Beat herausgenommen und den Crow abgelegt. Ich meine, ich habe zwei Leute auf mich gezogen und eingekillt. Ich denke, es geht klar, aber dafür habe ich meine Ultis halt auch nicht mehr. Das stört mich jetzt halt eher. Wow, 100 zu 21. Wie stark. Die waren auf fast tausend auch. Okay, er hat nur... Was? Wieso ist der 35? Wieso? Was ist das für ein Account? Wie sind alle deine Brawlers low? Du hast einen auf 35? Alter, 35 Mordes einfach. Ich passe es nicht. Was geht denn jetzt ab? Wie lost von den Leuten? Von denen, ne? Äh, chillig. Die Runde gewinnen wir auf jeden Fall, wenn es so weitergeht. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Aber dafür gewinnen wir, glaube ich, ein Gegentor. Nee, wir kriegen kein Gegentor. Oh mein Gott. Ich darf jetzt noch nicht sterben. Ah. Schlecht. Oh, nice. Ah, da gehofft. Schön, Shinichi. Oh. Gar kein Bock jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen. Ha. Hm, hm. Schade, leider. Killed. Oh, shit. Ich muss jetzt irgendwie weglaufen. Hä, was? Wieso läuft der Crow weg? Ist er dumm? Wie sie killen können. Nice. Schlechte Runden gehabt, auf jeden Fall. Ein HP, Shinichi. Sehr gut. So, nicht anders. Ja, von weg. Sehr schön. Jetzt der Mortis-Carry. Let's go. Das muss es sein. Ja. Der war so wichtig, der war so wichtig. Seid ehrlich, es war auch ein guter Grom-Carry jetzt, die Runde. 6 zu 5 mit euren höchsten Brawler. Das ist geil. Rang 35 Mortis. Was war bei ihm denn bitte los? Ich wollte gerade sagen, schon wieder ein Mortis. Nee, es ist ein Buster. Okay, auf geht's. Das ist 800 Trophäen-Fass mit Call Me Epic. Oh, Angst, die Mitte ist gut. Die Mitte ist richtig gut. Nice. Ja, ja, das Haus ist was. So was kam ich. Sehr, sehr gut. Auch gut von ihm reagiert. Oh, das ist nice. Yes. Gute Idee, jetzt hier die Ult zu zünden. Die Emerson will es wissen einfach. Was wird das denn jetzt? Oh, Junge, let's go. Das ist super schön gewesen. Platz 1. 7 zu 5. Wie gut. Florian. 531 mit Buster. GG's. Okay. Let's go. Okay, okay, okay. Was macht der Florian jetzt hier? Ich gehe nach unten. Passt. So, jetzt haben wir zwei Cubes jetzt hier. Wichtig. Ja, 531 sollten wir eigentlich gut im Griff haben, hoffentlich. Mal schauen. Jetzt hier wäre es halt ganz geil, wenn wir irgendwie noch Cubes abstauben könnten, ne? Kommt noch ein Hilf? Yes. Ist jetzt aber stehen geblieben. Nice. Superstark. Nice, 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 nice. Ja, würde es eigentlich reingehen können, Florian, ne? Du hast elf Cubes, aber gut. Ja, ich wollte gerade reingehen. Oh, 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 Gott. Tja, mich für die Bomben entgegen. Jo, Fokus ist doch alle noch mehr. WTF? Jetzt gehe ich halt auf die. Nice. Nice. 8 zu 5. Okay, Levi, 19.000 Diamond Liga und trotzdem sein höchster... Äh, okay, Edgar verfolgt uns noch. Oha, das ist wieder ein krasser. Ich gehe wieder Crow, Crow ist eh nice. Äh, er ist ein bisschen hoch eigentlich, aber ich nehme jetzt trotzdem mal. Ich denke, es ist besser, wenn wir jetzt niemanden guten dabei haben. Geh vielleicht dann Grey. Okay, Crowdings. Okay, komm. Wenn wir jetzt gewinnen, stehen wir 9 zu 5. Oh, er ist gut kassiert direkt. Nice. Oh, 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 wie er verheilt. Nein, nein, nein. Das ist nicht gut Damit das dann noch stirbt, den Poison-Schaden, oder? Ah, nee, leider nicht Das ist so ein RIP So ein Kack-Bass drin Ja! Lass mich am besten aufladen, wegen meiner Ult Das wäre wichtig Nice, ich habe jetzt meine Ult ja auch noch Also, besser geht es jetzt nicht Okay, wen kann ich am besten fokussen? Eigentlich Crow sogar, ne? Das heißt, der Crow darf jetzt eigentlich nicht so dumm sein und einfach weglaufen Weil dann kriege ich den... Ja, gut Das ist komplett Jump, jump, jump Und nochmal Sloan Ist das geil Ist das nice Hol ihn dir Hol ihn dir Let's go Schönes Ding Blauer Killer Mit Carl 26 Geht eh fit Ich nehme mal Griff Mal schauen Oh Was? Hätte ich mich von dort hin bitte getroffen? Jeff Der Damage von Griff ist echt krass Ich unterschätze sie mal wieder Oh, chillig Nein Oh, der hat nicht sein müssen Oh, der muss aufpassen Was ist denn das für einer? Ach, ein Boxer Hä, ist er lost? Der dachte, ey Vielleicht er kriegt mich Irgendwann ist meine Ult War auch nicht gut Ja, übel chillig Was ein geiler Push Ey, insgesamt heute damit voll in Ordnung Und wir haben die 35er Runde vor allem gewonnen Das freut mich am meisten, muss ich sagen Oh Aber was mir echt ein bisschen wegetan hat War der eine, der meinte so Ja, wegen dir habe ich Minus gemacht So, das hat mir echt wegetan Ich meine, ja, ich verstehe es ja Aber so ein Chat zu schreiben War so richtig War schon ein bisschen assi 63.000 Oh mein Gott Okay, das ist crazy Okay, okay Growth 1250 Okay Junge Luca GG's Du kriegst die Google Play oder iTunes Auf jeden Fall 15 Euro Wie versprochen Rang 35 Ich bin so gespannt Ich habe jetzt schon ein bisschen Übung Ich habe ja letztens mit Snake Gepusht Auf 35 Niveau Das heißt, ich weiß schon so ein bisschen Wie es geht Vielleicht können wir uns ja 4 Cubes saven Das wäre geil Okay, schon mal Team Schon mal Team Let's go Okay Wir teamen auf jeden Fall Oder will Luca nicht teamen Oh, ein Team ist schon mal raus Hä, das ist übel chillig Ist auch ein Team schon mal raus Das sind unten Ist schon mal keiner drin Das bedeutet, wir können uns auch Entspannend auch schon mal die Kiste holen Das ist gut Oh mein Gott Wenn wir die Runde gewinnen Bin ich so happy Ich weiß nicht, wie er den Brother gepusht hat Vielleicht Zulu schaudern Keine Ahnung Vielleicht auch Duo Oder sonst irgendwas Okay, was machen wir jetzt? Also ich halte mich ein bisschen an ihn Ich meine, das ist ein Brawler Ich will jetzt nicht ihm was Falsches machen Top 3 schon Wie geil Die haben 5 Cubes Aber das Ding ist Der ist alleine Also der Mate Okay, der Mate ist ein Nani scheinbar Mit Hult Okay, die wollen schon mal Teamen Chillig Die wollen Teamen Oh, das ist so gut Oh mein Gott Let's go Ah, er versucht es Aber er schafft es nicht Sehr gut Hulti gefailed Die haben aufgemacht Das ist sehr gut für uns Der hat sich, glaube ich, rausgeteleportet Wenn ich es richtig gehört habe Shit, das war schlau Boah, Junge, ey Die Runde ist so intens Nani ist raus Nani ist raus So, Luca Wir müssen jetzt die Bell rausnehmen Ja, Top 2 Ja, Frank 35 Als ob wir das gewonnen haben Ich weiß es nicht War jetzt keine so krasse Runde Aber wir haben immerhin auch ein Team Haben wir ein Team rausgenommen? Ich weiß es gar nicht Ja, gut Ich bin so gut wie der auch natürlich Oh mein Gott Er hat ihn rausgenommen Oh mein Gott Das hat uns gewinnen Ah, leider nicht getroffen Ah, nein Platz 1, Luca Du bist eine Legende Danke dir GG's Das ist krank Wir haben einfach gewonnen Aufwand 35 1200 Ey, so viel verloren heute Aber das haben wir gewonnen 1256 Ist das geil Oh, was haben wir denn hier? Oha Yo, wir kriegen Wul Nice Leute, wir kriegen noch deine Mike Das soll doch nicht mitspielen Ja, das habe ich mir dann auch gesagt Leute, ich habe 2000 Gems noch Ja Wir haben noch 2000 Gems auf dem Account Ey, wir haben noch so viel Oh mein Gott Ui Okay, komm Wir kaufen uns alles direkt Weil wir davor am Anfang schon einiges verloren hatten Würde ich sagen Kaufen wir jetzt hier als Bestrafung Und trotzdem alle Angebote Obwohl wir natürlich jetzt hier Ein gutes Streak am Ende hatten Credits haben wir nochmal Okay, erstmal haben wir hier eine ganze Menge Das ist geil Der Kreditstuff ist halt immer nice Komm, wir kaufen alle Angebote Okay, vier Angebote Wir beginnen mit dem schlechtesten aus meiner Sicht Und zwar Navigatorin Colette Ich finde den Skin persönlich nicht mal so krass Muss ich ehrlich sagen Aber trotzdem Ich meine, an der Sicht sind die Angebote geil Hälfte reduziert Dazu in jedem Angebot zwei Skins Also haben wir jetzt praktisch vier Brawler und vier Skins Und wir hatten sowieso noch Gems auf dem Account Ja, okay, komm Wenn wir jetzt hier schon die Angebote haben Wir kaufen alle Wenn wir irgendwann einen Push auf dem Account machen Ist eh nice Dann haben wir übel viele Powerpunkte und Münzen Und so schon drauf Okay, als nächstes kaufen wir uns Baiku Eve Das ist so der zweite Platz für mich Den wollte ich auch eigentlich noch pushen Mal schauen, ob ich noch zu komme Da haben wir erstmal Eve Nice Animation Und natürlich den Baiku Eve Der sieht schon krass aus, wie er auch rumfliegt Und so reingeslidet kommt Dann ganz krass Edgar Onoroji Edgar Den habe ich auch gepusht, als er damals rauskam Schaut ihn euch an Edgar auch echt ein ziemlich nicer Brawler Muss man wirklich sagen Und jetzt das Highlight Spike Als Legendärer Brawler mit dem dunklen Lord Führt 400 Gems grad mal Also gerade mal vergleichsweise Legendärer Brawler Nicht zu Hause nachmachen Trotzdem wie immer Ich meine, es ist immer noch viel Geld Aber es ist schon geil Das sind immer noch 30 Euro, glaube ich Aber für einen Legendären Brawler plus ein Skin Ist das schon echt ein heftiges Angebot Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat, ist gerne ein Abo da Da ist noch der Abspann Da sind noch zwei weitere Videos verlinkt Ich habe auch letztens erst mal die niedrigsten Brawler von euch gepusht Und noch eine Challenge müsste verlinkt sein Wo ich ganz viele Brawler spielen musste Haut rein Ciao